Aron, wir müssen uns immer gegenseitig das Gute geben. Ja, du sagst ja nie, wann du dran bist. Ja, denn, wenn wir uns das geben, dann sind wir nämlich wenigstens Erster und Zweiter und nicht mal Letzter. Weil wir uns immer mal Eisablieding geben. Weil wir uns immer mal Eisablieding geben, Mann. Ja, ich hab dir mal Eisablieding gegeben. Ja, ich dir auch. Ja, toll, du bist ja auch scheiße. Ja, deswegen müssen wir uns aber vernünftige Sachen geben. Lighthouse. Ist das ein Leuchtturm? Ja. Ich google lieber nochmal. Es ist... Ich hab nur, was ist denn Glowstone? Okay, es ist leicht. Achso, Glowstone ist leicht. Wie alt rau ist. Also Glowstone ist Glowstone. Auf Deutsch. Ach, kein Deutsch kennst du da, oder? Ja, Junge, was? Wo soll ich denn wissen, was Glowstone? Ja, Junge, was? Ja, Junge, ich hätte jetzt... Glowstone hätte ich jetzt geschrieben. Ne, Leuchtstein. Ne, ist gleich. Leuchtstein. Ja, okay. Ja, du auch. Ne. Oh, mega gute Idee. Da reicht wahrscheinlich die... Wie kann ich denn den Boden ändern? Die kann ich denn... Da sind die im Handel, glaube ich. Und dann auf dem Change-Bio. 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 Ja, ich will... Geht nicht, scheiße. Warum baut der nicht schneller? Oh Gott. 3,7 Minuten. Cyborg. Das sind in echter Zeit. Sag mal schnell. Sag mal 60, 180, 600, ne 216 Sekunden. Oh shit. Wieso rechtest du das in Sekunden aus? Nicht in Minuten. Ist doch viel einfacher. Hab ich gerade gefragt, woher wegen Sekunden. Hab ich kurz ausgerissen. Sehr gut. Welche Klasse bist du? Zwölfte. Oh, Abitur. Abi, Abitur. Uff, Alter. Machst du 12 oder 13 Jahre Abitur? 13. Jetzt erster Jahrgang, ne? Mhm. Na, Glück gehabt. Wir mussten noch 12. Ich finde 13 Jahre auch besser. Ja, viel spannender. Ja. Spannender sowieso. Warum bräuchte ich mich so kompliziert? So, Boden in Eis. Ah, scheiße. Nee. Wasser? Ich hätte gerne Wasser. Gibt's nicht. Wie, gibt's nicht? Ich glaub, Wasser gibt's nicht. Ach. Das ist mein ganzer Plan, aber für ein Arsch. Scheiße. Ja, dann war's das mal wieder. Das ist doch nicht wahr. Wirklich jetzt? Oh, kacke. Hä, ich hab's nacht gemacht und es ist einfach hell. Was ist hier los? Wieso hab ich eigentlich keinen Text-Appick drin? Scheiße, Alter. Deswegen der Glowstone. Na, irgendwas muss das doch angetrieben sein. Ja. So, so. Wie hoch ist denn so ein Leuchtturm normalerweise? Hoch. Und in Meter? 50 Meter könnte ich schon hinkommen. Ich, kennst du die Folge, wenn du ein Blümchen als Leuchtturm währter? Ja, wer kennt die nicht? Extrem geil. Einer meiner Lieblingsfreunde, weil er da einen Schatz findet. Ein Schatz. Ja. Benjamin Blümchen als Pirat. Oder was auch geil ist, Benjamin Blümchen in Amerika. Oh, Benjamin Flower. Äh, ich meine Benjamin Blümchen. Du guckst so viel so'n Scheiß, ey. Das ist auf Netflix, Alter. Kennt ihr die Folge mit Spongebob mit Benjamin Blümchen? Äh, ich bin nicht. Ja, ja, ja. Obst du im Holländer sagst, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Das ist aber nur im Deutschen lustig. Im Englisch ist es halt einfach unnustig. Aber auch die Folge mit den Geistern ist halt im Deutschen lustiger. Weil er im Englischen einfach sagt Ghost. Toast Ghost und sagte einfach, Weißbrot. Gibt's lustig. So, Fluss. Weiß. Ich möchte jetzt gerne den Blinnfußboden ändern. Lieblingsbett. Wieso geht das nicht? Warum ist hier... Es geht so kriegt nicht. Ah, ja, scheiße. Scheiße. Ich seh. So. Ich hab hier ne Kacke jetzt. Man, Leute, umsieht richtig scheiße aus. Schön aus. Schwebt der jetzt echt in der Luft? Das ist kein Leuchtturm. Ehrlich geworden. Ja, schade. Ne. Weißer Bleeding. Das sieht nicht mehr aus wie ein Leuchtturm. Das ist rot und orange. Das mit der Erde erklär ich gleich, äh, Sasuke. Es ist halt echt in der Luft. Denkt euch unten ein bisschen Wasser. Dann ein Erdhügel, wo oben ein Leuchtturm draufsteht. Aaron, wie hast du denn das Wasser weggemacht? Ja, ich hab den Boden weggemacht. Mit TNT oder was? Ja, natürlich. Hä? Wie hat er das denn gemacht, Alter? Wie unfair. Ach, komm. Ich könnte sehen, dass das nur für Premium ist oder so. Ach, echt jetzt? Wow. Ich bin mir da nicht sicher. Bei manchen Surfern ist das so. Das wäre sehr traurig. Das sieht scheiße aus. Was ist denn das für ein Leuchtturm? Mäh. Mäh. Ja. Wie immer die... Glückwunsch. Wie immer die Bierflaschen, äh. Was ist das denn, Alter? Das ist ein Hubschrauberplatz. Nee, da wurde einer am Anfang Zug wiederzubauen. Das ist geschehen. Ja, das ist der Zug wieder. Da ist er wieder. Das sieht scheiße aus. Das wird ihn ja schreiben. I'm gay. Das war gay. Erinnert auch, er ist lustig, weil er Orleppchen hat. What? Okay. Da ist doch kein Safe. Ach, nee, da fehlt der Glow. Doch, da ist der Glow Stole. Ah, Meisterbleeding. Aua. Ups. Amazing. Amazing. Warum bin ich im Leuchtturm? Mäh. 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 Ich glaube, alle gehen bei dem Spiel immer mal Ice-Up Leading, Alter. Ja, vor allem bei dir. Was? Vor allem dir. Windmühle, Alter. Das ist eine richtig kleine Windmühle. Der hielt ja gleich ab, oder so. Ja. Oh, sehr gut, Kai. Was wolltest du? Ach, das soll er nicht stahlen. Ja. Ja, er hat nur gewonnen, weil er Wasser hat, denn du beschied da, Alter. Ja, ich glaube auch. Warte, ich muss kurz Fenster zu machen, muss ich irgendwann wieder hoch. Ja, warum wohl? Hm. Was ist Head? Ach so. Oh, da hab ich... Ah. Wie baut man jetzt ein Head? Baut noch jemand ein Zylinder? Ja, ich. Ja. Okay, sehr gut. Der Classic. Ja. Man könnte auch so einen coolen Lederhut bauen, aber dazu fehlt einem wahrscheinlich die Skills. Warte, mein Zylinder ist doch unten. Wie sieht er einen Zylinder noch aus? Der ist da unten gerade, irgendwie, ne? Der ist unten, hat da so eine Wölbung halt, und dann geht er gerade nach oben. Meistens. Ja, okay. Schon verloren? Fast. Ich muss mir noch was Neues überlegen. Okay. Äh, das mit dem unten, das hab ich jetzt gar nicht so bedacht. Scheiße. Das sieht so richtig kacke aus. Ja. Das ist ein Kasten mit irgendwas Weißem dran. Hm. Ja, irgendwas fehlt da noch. Das Wetter. Wie wär's mit Schnee. Ja. Da kommt der Zylinder gleich viel besser rüber. Da sieht man nicht, wie hässlich der ist. Und am besten noch Nacht. Schnee und Nacht. Und Partikel. Hm. Das ist ein Hutständer. Roter Smoke. Oh ja. Oh ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen aber mehr roten Smoke. Ach, Partikel? Ja, ganz viele Partikel. Weil jeder weiß, wenn's kacke aussieht, helfen nur Partikel. Und Schnee. Ganz viel Schnee. The time is over. Na ja. Hä? Keine Ahnung. Hab ich nicht verstanden. Das sieht scheiß aus. Das ist ein Cupcake. Meisterblading. Ja, das sieht aus wie ein Schokoboden. Das sieht aus wie so ein Nacho, die spürst ja über so ein Schokoboden. Ja. Nee. Das sieht nicht schön aus. Nö. Versuchen wir da, aber... Das ist aber geil. Oh. Oh. Wie hast du das gemacht, Aaron? Weiß ich auch nicht. Eigentlich soll hier Glas sein, aber das... Und wieso hast du auch so ein Schornstein an deinem Zylinder dran? Das soll ein Fehler sein. Das ist cool. Das ist echt ne ganz gute Idee. Scheiße. Das bekommt gut. Das darf maximal jetzt okay gehen, sonst ist man so weit unten bis später. Das sieht scheiß aus. Hä, Kai, das bist du. Das ist dein Skin. Was ist das überhaupt? Ich schüttelte sie dir echt aus wie mein Skin. It's okay. It's okay. Das ist ne Pfanne auf seinem Kopf. Das ist scheiße, das bekommt man halt das Leading. Das ist ein Haus, oder? Wow. Das ist gar nicht so schlecht. Mit dem roten Streifen hier, it's okay, it's okay. Ja, 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 doch. Ja. Ja. Was soll ich machen? Das sieht geil aus, das bekommt man gut. Das kriegt ja auch den Hut. Und der Hut ist eher so, weh. Sorry, Cyborg. Ja, es geht um den Hut. Ja, ich bin hier. Was ist? Hallo? Was ist? Ja, ist klar. Hey, Michael, Michael, du hast du eins gemacht? It's okay. Warte, ich hab schon nichts ausgemacht. Ja, später, wenn man ein Lager bringen wird, das ist halt hier. Das ist geil. Meisterbläden. Alle Meisterbläden geben. Alle Meisterbläden. Ja, wir sind am Zocken. Was? Ja, wir sind am Minecraft spielen. Hey, ja, hol mal für Timo und so, dann kann ich mich so chillen. Alter, Cyborg, was ist denn los bei dir? Was soll ich machen? Warum war nicht so gut? Was? Soll ich Timo zu dir holen, oder was? Nein, ich hab gar keinen Bock auf dem. Hey, was soll ich denn machen jetzt? Was? Was soll ich machen jetzt? Das will ich verstehen. Ja. Ey, hol mal Marcel, damit ich nicht höre. Oh mein Gott. Schleck mich. Das ist ja so ein Tier, das stirbt. Ich kann es nicht sein, oder? Ja, tschüss.